Hallo und herzlich willkommen hier beim Alex E. Was werden wir jetzt hier gleich sehen? Nun, wir werden hier eine kleine betriebliche Fehlhandlung eines Blockführers der Harzer Schmalspurbahn sehen, die aber keine große Auswirkung hatte und die professionell abgearbeitet wurde. Doch lassen wir zuerst mal den bergfahrenden Zug auf dem Brockenbahnhof einfahren. Die 99-72-37 muss, nachdem sie angekommen ist, vom Zug abgekoppelt werden und muss dann umsetzen. Das heißt, sie muss vorziehen auf den Kamerastandort. Hinter ihr muss eine der Weichen umgestellt werden und sie muss ans andere Ende des Zuges wechseln, um später zu Tal fahren zu können. Achten wir nun auf die Weiche vor der Lokomotive, deren Hebelgewicht die Weiche in Grundstellung liegend ausweist. Was genau ist nun hier passiert? Die Weiche wurde aufgefahren. Das heißt, sie wurde stumpf in der nicht für die Fahrt vorgesehenen Stellung befahren. Die Weichenzungen wurden durch die Spurgrenze der Lokomotive in die Stellung gedrückt, wie sie die Lokomotive zum Befahren braucht. Das Hebelgewicht und die Weichenlaterne folgten dieser Bewegung mit einem kleinen Entsetzensklappern. Als ich die Lokomotive vom Wagenpark aus in Richtung der nicht richtig liegenden Weiche bewegte, dachte ich schon, ah, okay, hier war das genauso gemacht, wie ich das aus meiner Ausbildungszeit her kenne. Dort wurden nämlich im Bahnhof Bad Kissingen von den Lokomotiven, welche umsetzen und ebenfalls ihren Wagenpark umfahren mussten, im einen Bahnhofskopf auch gerne mal die Weichen in der nicht richtigen Lage einfach aufgefahren, um sich einfach das Absteigen von der Lokomotive zu sparen. Aus der Reaktion des Personals merkte ich dann, dass dies so nicht geplant war und auch auf dem Brockenbahnhof eindeutig nicht der Standard ist. Normale Weichen, die nicht geriegelt sind, können so eine Auffahrprozedur ohne Probleme schadlos überstehen. Und das ist auch ein alter Bekommen. Dann ist es auch ein alter Bekommen, wenn wir sie nicht sehen. Ich also denke, wie könnte ich das machen? Ich denke, es waren gerne in die Lage, dass ich die Lokomotive schon nicht so ein, sondern die Lokomotive man kann. Ich würde sagen, was war das. Ja, ich bin ich ein bisschen ja und nicht so wie lange was Ich bin kein Handy. Ich bin nicht so. Ich bin schon subscribedигellisch. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so, aber ich bin hier. Ich bin ja nicht so vorhat. Ja, jetzt wieder runter, ne? Nachdem die Weiche unter der Lokomotive von allen Seiten begutachtet wurde und das Personal sich ausreichend über den Verlauf und den weiteren Verlauf geraten hatte, wird die Weiche in Auffahrrichtung geräumt. Hoffen wir also, dass die Belehrung oder der Anschiss des Lokführers vom Chef nicht allzu heftig ausgefallen ist und wünschen der Harzer Schmalspurbahn weiterhin gute Fahrt. Vielen Dank, euer Alex E. Bis zum nächsten Mal.